Für viele, die da in der Gegend wohnen, dürft es ja sofort klar sein, ab der ersten Sekunde, wo ich mich jetzt da gerade befinde. Ich bin jetzt da gerade im Achtal. Und zwar, da ist früher das Wellenbändle gefahren und dann ist viel passiert und zwischenzeitlich gibt es einen ganzen ansehnlichen Weg, der da durch das Achtal führt. Man sieht da schon ein kleines Brück und ein kleines Steg, wo man da gebaut hat. Da jetzt gerade im Speziellen um Reptilien zu schützen. Und da habe ich mich jetzt die letzte, die nächste Stunde ein kleines durchgequält. Mit dem Mountainbike ist es ganz gut gegangen und ein paar Städler werden da gleich sehr, sind nicht mehr so einfach zu fahren. Sage können mit ihm wavelengths聞 Frauenruhen verbunden werden. Ich bin jetzt leider dabei so einfach ein kleines Eröffnen estab ich mir die kleines Eröffnen! Über die Bordertunnel sind im Tregatza-Achtal, wo Flursweide erbendigbar ist, hat es in der vergangenen Jahre viele Diskussionen. Einerseits muss man sagen, sie so zu herrichten, dass sie gefahrlos zum Begrauen sind, wäre überbordend. Aber andererseits muss man sagen, dass man das Kulturgut-Klinik schützen muss, wenn es dann doch irgendwie möglich ist. Ich glaube, man hat einen körigen Mittelweg gefunden, hat die Tunnels wieder so hergerichtet, dass man sie zumindest so kann man das Kulturgut gefahrlos begangen. Und ich finde das ein tolles. Und ich finde das Kulturgut, wenn die tunnels sind soweit ganz gut hergerichtet dennoch sind ein paar ganz gehörige rutsch aber wo das passieren insbesondere mit dem bike ganz schwierig es ist wieder zum sehen nicht ganz einfach mit radschuhe mountainbike und dem ganzen züge wo man so dabei hat auf den fels herumlaufen es ist nicht ganz ratsam das mit kind zu machen und vielleicht auch tut sich der eine oder andere ist ein bisschen ältere etwas schwer auf den stören mit dem rad zu balancieren aber es ist natürlich jedem seine sache abzuweigern ob er sich sowas zutraut oder nicht und es ist vielleicht auch keine schlechte idee bevor man anfängt zu bike drüber zum schlafen einmal nachzusehen ob das klappen kann so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020